Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 30 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 600 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017